auf zu einer neuen runde wieder nebelig glücklicherweise ohne tolle waffen das ist aber hier vor uns da hier läuft er gerade ja ich sehe sie beide getroffen ja ich habe auch ein platt gemacht da ist noch einer noch einer rechts scheiße scheiße ich habe nichts zu werfen ich muss mir meine spritze setzen kurz weg laufen und dann wieder angreifen ja ich auch oh scheiße hat mich getroffen die kommen jetzt bestimmt und holen uns wir kriegen dich sind sie noch da ich glaube hier ist einer der hat immer mich geschossen dass wir wieder eine spritze geben das ist links rüber gelaufen kommen will jetzt hier bestimmt um die ecke kommen irgendwie ich sehe sie nicht mehr entweder das sind so die hauen jetzt ab oder sie laufen jetzt einmal um uns rum ich sehe gar keinen von denen aber ein hast ja gekillt einen habe ich gekillt und anders dann nach links weg gelaufen das ist ja das ist ja pisse ne ich sehe keinen mehr ich muss den typen im haus gekillt haben oder so aber ich nehme an dass sie ihn wiederbelebt haben das war ich musste das pferd mal ausschalten na gut dann würde ich sagen ich werde mal ein bisschen mal gucken was passiert weil ich werde ich bestimmt abgeknallt also ist auf jeden fall keiner mehr im haus den haben sie definitiv wiederbelebt und ja ich sehe sie ich glaube da ja im haus nee ich hab da mal gesetzt da unten links ist er durchgelaufen ok ich gehe mal hinterher ich habe ihn zweimal getroffen ah er hat mich durch den zaun erschossen was wo? durch den zaun welchen? äh rechts ja da da genau also quasi da hat er raus geschossen ja also sind auf jeden fall auch im grundstück ach da hinten ist auch einer in waschgesicht boah alter ist schlecht der war gut der war gut der war gut der war gut